grüß gott und herzlich willkommen zur zweiten online lektion zu den grundfragen des mathematik unterrichts auch diesmal setzen wir mit diesem online video genau dort an wo wir in der präsenz lehrveranstaltung aufgehört haben es geht also noch mal um lernen wissen und verstehen im mathematik unterricht und auch so ein bisschen darüber hinaus in der präsenzveranstaltung hatte ich schon durchscheinen lassen dass ich ihnen neben dem behaviorismus noch einen einblick in zwei weitere lerntheorien ermöglichen möchte das wird der erste teil des videos sein in diesem teil werden wir auch sehen dass anders als im behaviorismus in diesen lerntheorien auch modelle davon eine rolle spielen wie wissen in unseren köpfen abgelegt ist und was das mit verstehen zu tun hat darum geht es dann im zweiten teil zunächst also zu den noch fehlenden zwei lerntheorien die erste ist der kognitivismus man kann auch von kognitiven lerntheorien oder von kognitionstheorie sprechen das meint im wesentlichen alles drei dasselbe auch hier gebe ich wieder einige namen auf die folie wobei diesmal die trennung zur dritten gruppe von lerntheorien spoiler alert das werden die konstruktivistischen theorien sein nicht ganz so strikt ist sie werden also manchmal diese namen auch beim konstruktivismus finden und umgekehrt konstruktivismus ist eher eine erkenntnis theorie fragt also danach wie kommt die welt in den kopf kognitivismus ist eher eine lerntheorie fragt also er wie ist die welt im kopf der menschen in vorstellungen organisiert und wie vollziehen sich veränderungen dieser vorstellung als bild gebe ich hier im sinne brügelmanns dem bildhauer mit dazu wir werden nämlich sehen dass in diesen theorien anders als im behaviorismus nicht von einer beliebigen formbarkeit des lernenden materials ausgegangen wird sondern auf eigenheiten dieses materials rücksicht zu nehmen ist wobei sie das mit dem material bitte nicht zu wörtlich nehmen ausgangspunkt für die kognitiven lerntheorien ist die sogenannte kognitive wende bzw wenn sie hipper sein wollen sagen sie natürlich cognitive turn der cognitive turn ist durch die um sich greifende erkenntnis motiviert dass ein und dasselbe beobachtbare äußere verhalten sehr wohl auf unterschiedlichen inneren prozessen insbesondere auch auf unterschiedlichen qualitäten von lernprozessen beruhen kann wir hatten in der präsenzsitzung bereits thematisiert dass lernende die bei der berühmten kapitänsaufgabe so hier scharfe ziegen und so weiter also die bei dieser kapitänsaufgabe etwas rechnen oder zählen durchaus nicht alle über einen kamm geschoren und als dumm oder unreflektiert abgestempelt werden dürfen wenn nun aber aus dem beobachtbaren verhalten alleine sich lernen nicht hinreichend erklären lässt dann muss man akzeptieren sich auch über absichten und vorstellungen von lernenden ein bild zu machen um das konkrete verhalten dann besser zu verstehen und das machen kognitivisten im unterschied zu behavioristen kognitivisten fassen dazu das lernen als ein prozess der informationsverarbeitung auf in dem äußere gegebenheiten mit inneren so genannten kognitiven strukturen im lernenden herinnen in wechselwirkung treten dabei sind anders als im behaviorismus auch innere prozesse wie wahrnehmung interpretation und verarbeitung von information teil der theoretischen modellierung dreh und angelpunkt ist dabei die annahme dass menschen eine art gleichgewicht mit der umwelt anstreben man nennt das feiner auch homöostase das ist jetzt etwas erklärungsbedürftig also jetzt ganz gut zuhören weil steht nicht auf der folie oben wir stellen uns mal alle möglichen verhaltensweisen eines menschen in summe vor eine ableitung berechnen können sich die schuhe binden können einen anderen menschen zu etwas überreden einem andere menschen gegenüber seine zuneigung äußern können was auch immer sie sich an verhalten vorstellen können in summe nennen wir all das seinen handlungsspielraum oder ihren handlungsspielraum kognitionstheorien sagen jetzt diese verhaltenselemente aus denen der handlungsspielraum besteht liegen in kognitiven strukturen oder in schemata organisiert vor und wirken als wahrnehmungsfilter mit denen eine person neue eindrücke und situationen erkennt einordnet und interpretiert jetzt sind dann zwei fälle möglich die neue situation lässt sich in ein bestehendes schema einordnen dann ist die welt wieder in ordnung die person ist wieder mit der umwelt im gleichgewicht man beziehungsweise genauer piaget nennt diesen prozess der eingliederung in bestehende strukturen auch assimilation es könnte aber auch passieren dass sich die neue situation nicht in ein bestehendes schema einordnen lässt dann müssen neue strukturen oder schemata ausgebildet werden diesen prozess nennt piaget akkumulation ein klassisches beispiel ist der greifreflex des kindes kinder kommen schon mit einem greifreflex zur welt dieser wird zunächst an einem objekt zum beispiel am finger der mutter immer wieder geübt und dann allmählich auf alle möglichen und unmöglichen anderen gegenstände probeweise angewandt begegnet das kind dann erstmals wasser führt greifen nicht mehr zum erfolg und in der regel erweitert das kind dann sein verhalten weitgehend eigenständig um so etwas wie schöpfbewegungen mit der handfläche fragt man nach möglichkeiten der verstärkung oder des wahrscheinlichermachens von lernen so ist beim kognitivismus dann einerseits an eine bewusste anknüpfung an das vorwissen der lernenden zu denken andererseits wird sich eine geeignete präsentation der lerninhalte vor allem dadurch ergeben dass man unterschiedliche formen der informationsaufnahme ermöglicht da geht es um die frage der repräsentation oder darstellung da kommt nachher noch genauer etwas dazu und wenn man den aufbau neuer kognitiver strukturen anregen will wird man die lernenden herausfordern müssen das heißt sie mit situationen oder problemen konfrontieren die unsicherheit ein ungleichgewicht ein nicht sofort mit der neuen situation zurechtkommen erzeugt im unterschied zum behaviorismus ist die rolle des lehrenden hier vor allem auf die funktion fokussiert eine eben solche den lernenden zum aufbau neuer strukturen herausfordernde lernumgebung bereit zu stellen er ist ja also nicht der jeden lernschritt im einzelnen überwachende sondern er ist jemand der das lernen das aktive lernen des lernenden unterstützt das heißt nicht dass der oder die lehrende jetzt däumchen drehen kann denn er ist zum einen immer noch für die auswahl und strukturierung der lernangebote verantwortlich und er darf zum anderen weiterhin durchaus dem lernenden feedback geben nur soll dieses feedback eben nicht im direkten belohnen und bestrafen von verhalten bestehen sondern lernende bei der informationsaufnahme unterstützen während im behaviorismus der lehrperson die hauptverantwortung und die zentrale rolle für erfolgreiche lernprozesse zugewiesen wird ist es im kognitivismus eben die aktivität des lernenden der das wesentliche augenmerk gewidmet wird lernen ist dabei aktive verarbeitung von information das heißt information wird nicht einfach in den kopf des lernenden eingefüllt und dieser nimmt die dann analog zu einem gefäß einfach passiv auf sondern er muss bei der informationsaufnahme sein wissen in der regel neu organisieren seine wissensstrukturen an die neuen gegebenheiten anpassen das gefäß bzw der oder die lernende verändert sich also selbst im prozess des lernens da ja bekanntlich alle theorie grau ist wollen wir uns auch hier zwei kurze beispiele von lernumgebungen ansehen die an kognitiven lerntheorien orientiert sind wir beginnen mit der unterrichtssequenz würfelraten bei dieser unterrichtssequenz geht es um das produktive üben des addierens und subtrahierens einstelliger zahlen produktives üben meint es sollen nicht nur diese beiden rechenoperationen geübt werden sondern den lernenden sollen dabei weitergehende einsichten gewissermaßen mit untergejubelt und eigene entdeckungen ermöglicht werden in der ersten phase dieser unterrichtssequenz die plenar durchgeführt wird würfelt die lehrperson offen mit drei würfeln die lernenden sollen dabei die augensumme bestimmen wobei sie die kommutativität und assoziativität benutzen dürfen man wird zum beispiel als schüler versuchen auf fünfer und zehner als zwischenschritte zu kommen weil das beim zählen und rechnen so wichtige ankerpunkte sind auch wegen der finger halt und so also wenn eine zwei und eine drei dabei ist die wird man schon mal zusammenzählen oder wenn eine vier und eine sechse dabei sind da wird man eben auch erst mal zusammenzählen und dann erst die dritte zahl dazu in der zweiten phase würfelt die lehrperson dann verdeckt und sagt nur die augensumme an wir sind also immer noch im plenum die einzelnen summanden sind jetzt von den lernenden zu erraten das ist jetzt so eine art umgekehrtes unterrichtsgespräch weil jetzt mal die lernenden fragen und die lehrperson muss antworten da wird dann jetzt immer noch addieren geübt und zusätzlich wird auch noch subtrahieren geübt und untergejubelt werden dabei auch strukturelle einsichten etwa dass sich zahlen in andere zahlen zerlegen lassen zb die 13 in die vier die vier und die fünf oder in zusammenhänge zwischen addieren und subtrahieren wenn eine zahl 4 plus 4 zu 13 ergänzt dann ist das ja genau die zahl die entsteht wenn man 4 plus 4 von 13 abzieht also die fünf beides diese zusammenhänge zwischen addieren und subtrahieren und das zerlegen von zahlen in andere zahlen sind dinge mit dem vor allem sogenannte rechenschwache kinder häufig schwierigkeiten haben und beides sind dinge die zu einem verständigen umgang mit den zahlen und den rechenoperationen einfach dazugehören und die werden hier in diesem spiel so nebenbei gewissermaßen mit geübt und nicht nur das bloße rechnen erst in der dritten phase geht es dann in gruppen arbeiten hier möchte sich herr wittmann das potenzial der lernumgebung zur sogenannten natürlichen differenzierung zunutze machen natürliche differenzierung meint die aufgabe selbst solche augenzahl kombinationen also drei summanden die in summe eine vorgegebene augensumme ergeben diese also selbst zu finden erlaubt an mehreren stellen differenzierung ohne dass jetzt unbedingt die lehrperson die vorgeben muss die sind in der problemstellung mehr oder weniger schon angelegt man kann die aufgabe sich selbst stellen verschieden einfach und verschieden schwierig da ist zum beispiel die höhe der augensumme mittlere augensummen haben mehr kombinationen als extrem kleine und extrem große augensummen wenn sie damit der drei anfangen da sind sie sehr bald fertig jetzt acht ist schon so da gibt es schon ein paar mehr fälle wittmann gibt jetzt eben die summe auch nicht vor sondern lässt die kinder da selbst probieren was sie haben möchten differenzierung ergibt sich auch im herangehen man kann das mehr oder weniger systematisch angehen die frage ob man jetzt wie ob und wie man jetzt alle oder möglichst viele solche kombinationen findet auch da das ergibt sich gewissermaßen natürlich einige lernende werden da systematischer vorgehen andere weniger systematisch und das ist auch gar nicht schlimm dadurch ist das eben ein sich selbst differenzierendes oder natürlich differenzierendes lernangebot lernende können dabei auch lösungen vergleichen sich fragen ob das schon alle lösungen sind etc pp dabei wird dann auch ständig addiert und subtrahiert ohne dass man dafür ein monotones blatt mit lauter gleichförmigen grauen päckchen benötigen würde kommen wir ganz kurz noch zum zweiten beispiel das ist der andere schulbuchauszug aus der station c des stationenbetriebs aus der präsenz lehrveranstaltung hier geht es um die einführung in den hunderter raum in der zweiten klasse volksschule dazu gibt es zunächst einige abzählaufgaben nämlich bis aufgabe fünf mal sogar bis aufgabe sechs sind das alles abzählaufgaben bei denen jeweils verschiedene lösungswege möglich sind wo es auch keine musterlösung gibt und wo es jeweils wichtig ist dass die lernenden die zu zählenden objekte irgendwie sinnvoll für sich selbst räumlich gliedern um dann möglichst geschickt abzählen zu können auch da gibt es dann wieder möglichkeiten sich über die lösungswege auszutauschen und dabei dann als lernender auch mit einer zählstrategie konfrontiert zu werden die man selbst so noch gar nicht kannte und die einem im nachhinein dann vielleicht im vergleich mit der eigenen methode dann aber zweckmäßiger erscheinen könnte und dann im sinne piages wieder eine höhere wahrscheinlichkeit hätte in das eigene handlungsrepertoire aufgenommen zu werden als wenn einfach die lehrperson oder das schulbuch von anfang an sagt du sollst das bitte genau so und so zählen gut soweit erstmal die kognitiven lerntheorien wir kommen noch zum konstruktivismus der aber eher eine weiterentwicklung kognitiver lerntheorien darstellt als jetzt etwas komplett anderes zu sein ich könnte jetzt wieder sagen dass sie da wieder fast alle namen vom kognitivismus auch dazu schreiben können wichtig ist beim konstruktivismus hier wird noch deutlicher die rolle betont die der einzelne lernende für den lernprozess hat daher gebe ich von dem brügelmannschen bildern hier den gärtner dazu der die pflanze beziehungsweise als metapher dann der pädagoge das kind aus seinen eigenen anlagen heraus wachsen und gedeihen lassen soll der konstruktivismus ist was die modellierung von lernen angeht jetzt also nicht wirklich ein eigenes paradigma sondern wie gesagt eine weiterentwicklung des kognitiven paradigmas kennzeichnend für die konstruktivistischen lerntheorien ist die betonung der individualität von lernen und lernprozessen jeder lernende muss im sinne des konstruktivismus wirklichkeit für sich ganz neu konstruieren es findet keine übertragung von wirklichkeit und von fakten von einem zum anderen individuum statt im zeitalter von fake news und alternative facts klingt das vielleicht etwas gewagt aber es ist die grundüberzeugung der konstruktivisten vor allem ernst von glaser fels dass wir als menschen gar keinen anderen als unseren jeweils subjektiven zugang zur wirklichkeit haben wir können uns natürlich gegenseitig darüber verständigen was möglichst viele von uns als wirklichkeit wahrnehmen das nennt man dann intersubjektive übereinstimmung oder reguläres wissen ob dieses wissen aber mit der objektiven von uns selbst unabhängigen realität übereinstimmt ist aus sich der konstruktivisten eine sinnlose frage wir haben ja keinen zugang zu dieser realität der unabhängig von unserer dann aber immer schon durch vor erfahrungen et cetera pp geprägten wahrnehmung wäre als wichtige wirkmechanismen des lernens gelten dann im konstruktivismus zum einen die perturbation das ist die produktive störung individueller konstrukte von realität und damit im grunde genau dasselbe was wir bei piaget schon mit assimilation und akkommodation kennengelernt haben hinzu kommt die vorstellung von viabilität neues wissen muss sich als praktisch nützlicher erweisen als bestehendes wissen nur dann hat es eine chance nachhaltig wie man manchmal etwas schleifig sagt gelernt zu werden also längerfristig gelernt zu werden als aktiv verwendbares und verwendetes wissen wirklich zu überleben sie können den lernenden also zum beispiel im physik und richt noch so lange erzählen dass energie nicht verbraucht sondern umgewandelt wird solange die kinder dann als erwachsene den stadtwerken geld für den energieverbrauch bezahlen hat das individuelle konstrukt energie wird verbraucht tendenziell die bessere überlebenschance sie müssten um dem konzept energie wird umgewandelt eine realistische chance zu geben in möglichst vielen möglichst konkreten situationen als deutlich stimmiger zu erkennen als energie wird verbraucht damit es sich wirklich längerfristig festsetzen kann also viabel wäre den energieverbrauch auf der stromrechnung müssen sie dann aber leider immer noch bezahlen was dann jetzt hier auf der folie steht wo es um die gestaltung von lernumgebung geht ist in den meisten punkten nur eine wiederholung und bestärkung dessen was schon beim kognitivismus oben stand der wesentliche unterschied ist wohl dass konstruktivisten den lernenden beim produktiven stören noch etwas mehr zumuten wollen indem sie zum teil für möglichst unstrukturierte und realitätsnahe problemstellung plädieren beim kognitivismus hat mir gesagt gut strukturierte lernangebote aber konstruktivisten die wollen zum teil auch die lernenden gänzlich ein problemgebiet selbst erkunden und strukturieren lassen außerdem gibt es noch mindestens zwei spielarten von konstruktivismus den radikalen sehr stark subjekt bezogenen konstruktivismus und den gemäßigten eher das soziale betonenden konstruktivismus sozialen konstruktivisten ist dann eben auch der austausch zwischen den lernenden und das gemeinsame lernen ein anliegen radikale konstruktivisten sind eher skeptisch ob es gemeinsames lernen im engeren sinne überhaupt geben kann auch hier ist das bislang noch etwas abstrakt geblieben aber sie haben sich unbewusst schon mindestens zwölf minuten lang mit konstruktivistischen lerntheorien beschäftigt dann nämlich wenn sie vorher in moodle den fragebogen zur einstellung zu textaufgaben bearbeitet haben das ist nämlich gerade ein fragebogen der in verschiedenen hier auf der folie genannten studien bereits vorher eingesetzt wurde um herauszufinden wie konstruktivistisch lehrpersonen eingestellt sind und ob und welche effekte das dann auf deren unterricht und gegebenenfalls auch auf die leistungen der unterrichteten also der schülerinnen und schüler hat wir schauen uns mal zwei fragen aus dem fragebogen kurz an kann jetzt sein dass sie selbst nicht genau diese beiden fragen hatten aber ich denke sie bekommen da schon insgesamt den dreh raus unterschieden wird hier immer zwischen einem konstruktivistischen pol und einem rezeptiven pol rezeptives lernen meint lernen nach rezepten sie zeigen vor wie es geht die lernenden machen das nach wenn es passt gibt es ein sterndau wenn es auf dauer nicht passt gibt es einen fleck das ist also tendenziell behavioristisch und also eher nicht so wohl gelitten in pädagogischen und fachdidaktischen kreisen konstruktivistisches lernen würde immer meinen den lernenden einen deutlich aktiveren part beim lernen zuzutrauen nehmen wir mal zum beispiel item 7 das was oben steht lehrerinnen und lehrer sollten zeigen wie einfache textaufgaben zu lösen sind bevor schülerinnen und schüler selbstständig textaufgaben lösen wenn sie dem jetzt voll zustimmen wäre das eine rezeptive orientierung denn das ist ja genau wieder dieses erst vormachen dann nachmachen erst das einfache gut strukturierte dann das schwierige weniger gut strukturierte und das ist eben nicht was der konstruktivismus sagt wenn sie das ablehnen dann gelten sie daher eher als konstruktivistisch orientiert das item 13 ist genau umgekehrt gepolt dass schülerinnen einfache textaufgaben bereits lösen sollten bevor man numerisches faktenwissen erwirbt gilt als eine konstruktivistische einstellung das wird in der umkehrung klar es gibt ja die idee man müsste erst einmal das numerische faktenwissen also das reine nicht durch realität befleckte rechnen lernen dass einmal 1 bis 20 herauf und herunter bieten können bevor man sich dann an die grundsätzlich schwierigen textaufgaben wagt der konstruktivist würde da einwenden aber sinnstiftend und wirklich viabel lernt man das einmal 1 überhaupt nur wenn man innerlich schon akzeptiert hat das multiplizieren eine feine sache ist die auch praktisch sinnvoll ist und dafür brauchst du eben auch am anfang schon mal ein paar textaufgaben du musst erst mal situationen präsentiert bekommen wo du ohne multiplikation blöde anstehst sonst hast du gar keine motivation so blöde multiplikationstafeln auswendig zu lernen also hier ist klar konstruktivistischer wohl stimmt zu rezeptiver pol lehnt er abt gibt man jetzt lehrpersonen so einen fragebogen da gibt es natürlich immer dieses problem der sozialen erwünschtheit sie versuchen als lehrperson zu raten was ich als test durchführen da da vielleicht ganz gerne hören würde und fachdidaktik ist ja jetzt nicht die spanische inquisition die ihnen da unbedingt ein glaubensbekenntnis abpressen will sondern wir wollen schon sehen verstehen und dann vielleicht auch wieder einen einfluss darauf nehmen was sie tatsächlich unterrichten und ob da dann bei den lehrenden wirklich auch etwas bei herum kommt tatsächlich konnte elspeth stern und fritz staub zeigen dass sich die varianz der lernfortschritte zwischen der zweiten und dritten klasse in unterschiedlichen schulklassen die elspeth stern und fritz staub untersucht haben zu etwa 32 prozent mit den im fragebogen geäußerten grundeinstellungen der lehrperson statistisch erklären ließen also lernfortschritte sind größer bei lehrpersonen die sich hier als eher konstruktivistisch zeigen das spricht dafür dass man da vielleicht wirklich so was wie eine einstellung misst und dass man auch wirklich eine positive einstellung ist nadja ratzka hat in einer untersuchung eine korrelation von 0.6 herausbekommen für den zusammenhang zwischen lernenden leistungen und geäußerte einstellungen das ist in etwa dieselbe größenordnung da werden also 36 prozent varianz aufgeklärt das ist für einen reinen einstellungsfragebogen eigentlich ziemlich hoch interessant ist hier vielleicht noch ihre daten lassen auch nicht den schluss zu dass schwache lernende bei eher konstruktivistisch orientierten lehrpersonen weniger lernen würden den verdacht haben ja manchmal einigen so und dann haben wir noch einen herrn hess der hat er geschaut ob wenn man jetzt lehrpersonen gezielt mit konstruktivistischen lernumgebungen konfrontiert ob ob sich dann auch deren einstellung verändern das hat jetzt eher nicht so gut funktioniert aber er konnte noch zeigen dass das in der schweiz so ist dass das alter eher keine rolle dafür spielt wie konstruktivistisch oder nicht konstruktivistisch so eine lehrperson eingestellt ist also nicht die alten knochen rezeptiv die jungen hüpfer konstruktivistisch so ist das zumindest in der schweiz 2005 nicht gewesen bevor wir zum zweiten teil beziehungsweise vorher zum kurzen zwischentest kommen noch eine kleine nabelschau wenn sie sich selbst auf dieser eher rezeptiv eher konstruktivistisch stahl einordnen wollen dann können sie sich hier anhand dieser folie dann mit den übrigen studien vergleichen etwas aufpassen müssen sie dabei sie hatten ja nur zwölf fragen zufällig ausgewählt aus 48 insgesamt waren das normalerweise 48 die messung ist bei ihnen also tendenziell etwas ungenauer ich habe die punktzahlen dann aber immer mal vier genommen so dass sie die dann insgesamt doch wieder direkt auch miteinander vergleichen können so und bevor wir jetzt zum begriff wissen kommen kommt jetzt also der kurze zwischentest willkommen zurück jetzt soll es also um wissen gehen wissen ist heute so etwas aus der mode da soll es immer gleich um kompetenzen gehen also wissen ist tot und steht in so verstaubten büchern drin und kompetenz ist toll ja weil das ist ja können und das ist auch praktische probleme lösen können und wer könnte das schlecht finden ganz so einfach ist das aber jetzt nicht und wissen ist auch etwas breiter und komplizierter angelegt in psychologie und in fachdidaktik als man das vielleicht so vom hausverstand her kennt wir beginnen hier mal mit einer definition von gruber erstens wissen wird als individueller besitz verstanden der sich als relativ dauerhafter inhalt des gedächtnisses umschreiben lässt aha das sagt uns schon mal der herr gruber ist mindestens mal kognitivist denn er modelliert dinge die in unseren köpfen herinnen sind einen dauerhaften inhalt des gedächtnisses zum beispiel zweitens die bedeutsamkeit von wissen wird durch soziale übereinkunft beziehungsweise aushandlung festgelegt aha der herr gruber ist also ein sozialer konstruktivist denn die bedeutung wird sozial ausgehandelt drittens vom wissen eines individuums spricht man nur wenn das individuum von der gültigkeit dieses wissens überzeugt ist das ist noch mal die bestätigung der herr gruber ist also wirklich konstruktivist was das individuum weiß wird nicht an außerhalb des individuums liegenden kriterien gemessen sondern obliegt einzig dem eigenen überzeugungsgrad von der gültigkeit des wissens vermutung einstellung haltung meinung also alles wo sich das individuum selbst nicht so sicher ist ob das stimmt oder für dies gar nicht sinnvoll ist zu fragen stimmt das so oder funktioniert das so hören für gruber dann nicht zum wissen nochmal das ist immer noch mehr als uns der hausverstand sagt weil das hier ließe zum beispiel sehr wohl auch alternative fakten zu denn es hat ja gar kein äußeres wahrheitskriterium nur die überzeugung des individuums von der gültigkeit des wissens und wissen ist ja auch nichts das in einem buch steht nur das was in unserem kopf ist und was wir für wahr oder gültig halten ist wissen schauen wir mal genauer hin wie kann man das etwas feiner gliedern sehr weit verbreitet ist da mal die unterscheidung nach frau chi die zum beispiel auch herr arbinger in seiner psychologie des problemlösens benutzt da gibt es mal bereichspezifisches wissen das sich noch mal unterteilt in deklaratives und prozedurales wissen das kommt aber gleich noch genauer und dann gibt es strategisches wissen das ist im wesentlichen nicht bereichsspezifisch und es gibt dann auch noch sowas wie metawissen das ist wissen über das wissen aber erst mal zum deklarativen wissen das ist auch noch mal unterteilt deklaratives wissen ist grundsätzlich wissen dass etwas so und so ist oder war ich weiß zum beispiel dass es letztes jahr fingst montag in klagenfurt geregnet hat das nennt man dann auch episodisches wissen wichtiger ist aber das semantische deklarative wissen ich weiß zum beispiel dass pfingst montag ein christlicher feiertag ist man merkt jetzt um das zu wissen muss ich auch noch wissen was eigentlich christlich heißt und was ein feiertag ist solches semantische wissen stellt man sich daher in gewissen einheiten abgespeichert vor die man auch chance oder schemata nennt eine aussage verstehen bedeutet dann sie mit dem richtigen schema in verbindung zu bringen sie alle erkennen dass es in der aussage unten in der 89 minute hämmerte er das leder an der schlecht positioniert mauer vorbei zum eins zu eins ausgleich in den oberen rechten winkel dass diese aussage etwas mit fußball zu tun hat dazu reicht es aber gerade nicht zu wissen was hämmern leder mauer positionieren ausgleich winkel heißt also was diese einzelnen wörter bedeuten weil die können ganz viele und ganz verschiedene dinge bedeuten erst dadurch dass ich weiß es gibt einen kontext in dem all diese wörter sinnvoll zusammen auftreten können nämlich fußball kann ich die aussage dann auch verstehen das ist es unter anderem auch was computerübersetzung lange zeit bevor es so etwas wie neuronale netze gab so schwierig gemacht hat es ist relativ einfach computern wortlisten zu füttern es ist aber sehr schwer ihnen beizubringen zusammengeäußerte worte in ihrem kontext zu erfassen apropos netze wer schon didaktik der geometrie hatte hat ja schon mal von begriffsnetzen gehört hier sehen sie mal ein individuelles begriffsnetz eines schülers zum begriff körper in der physik da passt jetzt eher nicht alles so richtig mit der wahren lehre der physik zusammen das ist aber auch nicht schlimm das soll ihnen mal zeigen aha so könnte so eine kognitive struktur aussehen so stellt man sich vor das wissen in unseren köpfen repräsentiert ist und das ist zum beispiel auch ein grund warum man so gerne so concept maps zeichnen lässt weil man da sagt da bringt man dann aufs papier so die wissensstruktur die man von einem gebiet hat und um noch mal ein beispiel aus der mathematik zu bringen die katja kagano war hat in ihrer doktorarbeit untersucht welche wissensstrukturen schulbücher anregen hier sehen sie das mal für die einfühlung des funktionsbegriffs auch da wird man vielleicht sagen ob diese wissensstruktur so wie sie da steht zum funktionsbegriff ob das schon ideal ist da müsste man doch noch mal genauer hinschauen das machen wir jetzt nicht mir geht es ja nur darum ihm mal zu zeigen wieso wissensstrukturen prinzipiell aussehen und wo die so im grundsatz vorkommen kommen wir also zum prozeduralen wissen prozeduren ist im wesentlichen ein anderes wort für verfahren hier geht es also um verfahren im weiteren sinne oder um wissen wie man zum beispiel fahrrad fährt wobei man dann zum prozeduralen wissen fahrrad fahren durchaus auch die ausführung dazu nimmt prozedurales wissen ist also handlungswissen inklusive unter umständen des ausführen könnens dieser handlung solches wissen folgt im allgemeinen einem mehr oder weniger prinzip man kann also etwa gut oder weniger gut fahrrad fahren es gibt da unterscheidbare grade der beherrschung weil das so ist muss man solches prozedurales wissen fast immer üben es lässt sich normalerweise nicht direkt mitteilen dann gibt es auch manchmal den grad der beherrschung wo man eigentlich weiß wie es gehen sollte es aber trotzdem irgendwie nicht hinbekommt das nennt abinger dann auch etwas unfein also jetzt achtung trigger warning und bitte nicht direkt zum ak gleichstellung gehen ein uchen wissen es kann und ist manchmal dann auch sehr schwierig prozedurales wissen überhaupt irgendwie in worte zu fassen es ist zum beispiel viel leichter sie zeigen jemand oder sie schauen sich auf youtube an wie man sich die schuhe oder eine krawatte bindet also diesen handlungsablauf einmal zu sehen und nachzuvollziehen und mitzumachen als sie versuchen das jetzt in so einer art anleitung aufzuschreiben das führt uns dann noch auf die frage wie es eigentlich wissen repräsentiert das kommt gleich ein paar folien später auch hier ein beispiel aus der mathematik das machen wir jetzt mal interaktiv da können sie auch etwas suchen hier ist ein bestimmtes verfahren dargestellt und sie sollen mal bitte möglichst genau beschreiben um welches verfahren handelt es sich denn das hier dargestellt ist also bitte sie sind dran eine sehr gute antwort wäre hier schriftliche subtraktion mehrstelliger natürlicher zahlen den punkt gibt es aber schon wenn sie schriftlich abziehen schriftlich subtrahieren schriftliche subtraktion schreiben schriftlich und irgendwas mit minus rechnen muss dabei sein dann kriegen sie den punkt prozedurales wissen umfasst aber nicht nur solche festgelegten algorithmen sondern auch ganz offene verfahren sogar bereichspezifische heuristische strategien würden nach chi und abinger in diesen bereich hineingehören strategisches wissen ist dann für chi und abinger solches wissen dass der erzeugung und reorganisation von bereits bestehendem wissen dient bei chi und abinger wird das grundsätzlich als bereichsunabhängig definiert das ist jetzt einfach eine geschmacksfrage oder im grunde auch eine künstliche trennung wenn ich sage alle bereichspezifischen verfahren auch die heurismen all das gehört in dem bereich prozeduren und alles was nicht bereichspezifisch ist das gebe ich in dem bereich strategien abinger und chi machen halt diese unterscheidung damit die unterscheidung klarer und strikter ist und außerdem gibt es auch gar nicht so wahnsinnig viele bereichsunabhängige strategien eine strategie die abinger konkret benennt ist wenn ich informationen aus texten reduzieren will dann muss ich mich auf das wesentliche konzentrieren man merkt dann schon so eine strategie ist vielleicht unabhängig vom inhalt eines textes den ich lese aber doch irgendwie auf das lesen von texten beschränkt also strategien sind zwar bereichsunabhängig aber sie sind trotzdem an klassen von ähnlichen zielsetzungen gebunden es gibt da jetzt keine allgemein etablierte klassifikation für solche zielsetzungen in der psychologie aber ganz grob wird man vielleicht sowas wie lernstrategien denkstrategien gedächtnis strategien problemlöse strategien und textverarbeitungsstrategien unterscheiden wollen und von jeder davon hat man vielleicht eine halbe handvoll eine ganze handvoll und das war es dann auch schon und solche strategien sind dann immer auch eher weiche hilfsmittel die garantieren keinen erfolg und die helfen vor allem bei solchen problemen wo man relativ wenig fachspezifisches wissen braucht zum schluss haben wir dann noch das metakognitive wissen also das wissen dass ein individuum über sein eigenes wissen oder unwissen hat das brauchen sie zum beispiel wenn sie in einer quiz show gefragt werden ob sie lieber etwas zum thema sport oder lieber etwas zum thema politische zeitgeschichte gefragt werden wollen da sichten sie dann so intern ihr eigenes wissen um zu entscheiden wo vermutlich mehr zu holen ist wo es ihnen leichter fällt an die nachfolgenden fragen zu beantworten das wissen kann sich aber anders also dieses metakognitive wissen das kann sich anders als das quiz show beispiel vielleicht nahe liegt eben nicht nur auf deklaratives und nicht nur auf episodisch deklaratives wissen beziehen nein das kann sich auch auf prozedurales wissen also sogar auf strategisches wissen beziehen man kann für jedes wissen ein wissen davon haben habe ich dieses wissen habe ich dieses wissen nicht wofür ist dieses wissen gut was hat in einer ähnlichen situation schon mal geholfen woran könnte ich mich jetzt richten sie merken bei metakognitive wissen reflektiert man immer über wissen was man hat sie merken auch metakognitives wissen hat immer mit reflexion zu tun es besteht aus prozeduren mit denen sie ihr eigenes wissen sichten und bewerten gerade erfolgreiches lösen offener problemstellung erfordert dann häufig so selbstreflexion und für die braucht man gewisse metakognitive prozesse wer das gut kann sich sein eigenes wissen vergegenwärtigen der ist häufig auch ein relativ guter problem werfen wir zusammenfassend und erweitern noch mal einen blick darauf wo diese wissensarten so konkret in der mathematik didaktik dann aufgegriffen werden das passiert zum beispiel in einer preisgekröten doktorarbeit von kirstin erath zum thema erklären ich zoome und scrolle da jetzt mal ein bisschen herum und sie werden sehen dass die bezeichnungen da zum teil etwas andere sind als bei chi und abinger insbesondere geht es da auch im kern um bereich spezifisch mathematisches wissen deswegen steht da jetzt nichts zum meter wissen oder zum strategischen wissen im hinterkopf behalten wir mal das conceptual knowledge also begriffs wissen da auftaucht als ein wort und nicht einfach von deklarativen wissen die rede ist und das zum teil noch bei diesem conceptual knowledge über wissen über begriffe und wissen über zusammenhänge also sowas wie sätze und aussagen unterschieden wird das kommt dann später nämlich noch mal unsere erkundung was man unter wissen verstehen kann schließen wir jetzt ab mit der frage der wissens repräsentation mit repräsentation meint man modelle wie man sich vorstellt das wissen in den köpfen der menschen abgelegt ist jérôme brunner ist da der bekannteste und der hat drei verschiedene modi unterschieden dinge können direkt als handlung oder handlungsabläufe mental repräsentiert sein das nennt man dann inaktiv und gute einleuchtende beispiele werden da schuhe binden oder einen drehverschluss einer flasche öffnet andererseits kann wissen auch in form von bildern also ikonisch repräsentiert sein wenn sie an einen sessel oder an einen hund denken haben sie vermutlich eher so bilder im kopf als jetzt irgendwelche konkreten handlungen das nennt man auch ikonisch und manche dinge sind wohl auch in unseren köpfen besser als in zeichen und sprache repräsentiert vorstellbar das würde man dann symbolisch nennen jedenfalls wird man gewisses wissen zum beispiel darüber was eine repräsentative demokratie ist wohl alleine in bildern und handlungen nicht ganz so gut fassen können im grunde geht brunner auch davon aus dass alle drei modi der repräsentation durch handlungen durch bilder durch zeichen und sprache sich bereits in relativ frühem kindesalter ja sogar innerhalb der ersten beiden lebensjahre entwickeln fachdidaktisch kann man jetzt sagen viele dinge in der mathematik lassen sich prinzipiell auf alle drei arten repräsentieren eine proportionale funktion könnte ich mir vorstellen zum beispiel als eine handlungsentweisung für je drei äpfel die ich in meinen sack einkaufsbeule stecke da muss ich einen euro auf den tersen legen das kann ich auch in einem bild eines grafen darstellen da habe ich dann äpfel meinetwegen auf der x-achse und die euro auf der y-achse und ich kann das natürlich auch symbolisch darstellen als gleichung y ist gleich 3x das prinzip der interaktion der darstellungsebene besagt dann dass man die wahrscheinlichkeit von lernen und behalten erhöht wenn man bewusst zu wechseln zwischen diesen darstellungsebenen anregt hier ist dann noch mal ein etwas anderes beispiel nämlich der satz von pythagoras dargestellt beim n aktiven ist da die idee dass man den satz so aus dickem und schweren moos gummi ausschneidet dann könnte man den satz von pythagoras auch abwiegen ob das so doll ist weiß ich jetzt auch nicht aber was noch auffällt deswegen habe ich die folie auch hergenommen da sind jetzt sogar vier ebenen unterschieden das macht man öfter die symbolische ebene ist da quasi noch mal aufgeteilt man kann sagen das ist noch mal ein unterschied ob ich etwas in worten und sprache repräsentieren oder in so abstrakten zeichen wie das da dann auf der rechten seite der fall ist bei a quadrat plus b quadrat ist gleich c quadrat das ist ja vielleicht doch noch mal was anderes als dieser ausgeschriebene satz auf der linken seite wir belassen es damit mal beim thema wissen beziehungsweise repräsentation und darstellung von wissen gerade die darstellungswechsel begegnen uns dann aber bei den grundformen mathematischen arbeitens und bei den bildungsstandards sowieso noch mal wieder wir kommen jetzt zum letzten lerntheoretisch geprägten begriff der auch wieder so etwas schillernd ist nämlich den begriff verstehen wo so ein bisschen das problem ist ja dass man da alles und nichts pan intendet drunter verstehen kann ich hole da jetzt mal trotz der etwas fortgeschrittenen zeit etwas weiter aus beim verstehen kommt es zwischen fachdidaktikerinnen und fachdidaktikern und angehenden oder schon fertigen lehrpersonen bisweilen zu heftigem streit fachdidaktikerinnen kritisieren etwa so wie heute mathematik unterrichtet wird können die schülerinnen das ja auch gar nicht verstehen lehrpersonen und manchmal auch personen die noch lehrperson werden wollen kontern dann bisweilen damit dass mathematik verstehen eben nur etwas für die guten schülerinnen sei die schwachen schülerinnen da soll man halt froh sein wenn die die regeln auswendig lernen hauptsache sie rechnen nachher richtig da kann man sich dann als außenstehender oder am streit beteiligt dann natürlich fragen mit welchem begriff von verstehen wird ja eigentlich gearbeitet und wie stichhaltig sind die argumente beider seiten das hat vor über 40 jahren schon einher scamp gefragt und hat gemeint wir müssen erstmal den verstehensbegriff klären um da jetzt nicht so eine dichotomie verstehen oder nicht draus zu machen und hat dafür zwei unterarten von verstehen unterschieden relational understanding also relationales verstehen wo man wissen sollte was man tut und auch weiß warum man es tun kann das ist das was man wohl auch als verstehen im eigentlichen sinn ansehen darf und das ist das was fachdidaktikerinnen auch am liebsten hätten man kann die verfahren anwenden das wollen fachdidaktiker schon auch man weiß aber auch warum das eigentlich funktioniert und unter welchen bedingungen ist dann nicht mehr funktioniert und man kann das verfahren mit anderen mathematischen oder auch außer mathematischen wissen in verbindung bringen wenn sie jetzt an humboldt zurückdenken das ist ganz das verstehen was der humboldt und die ganze aufklärung gerne hätte das ist die vollständige einsicht in die streng aufgezählten gründe einer handlung für scamp gibt es dann auch noch instrumentelles verstehen das ist rein prozedurales ausführungswissen beziehungsweise können ich kann einen algorithmus ausführen weiß aber nicht wieso der eigentlich funktioniert und ich kümmere mich auch nicht darum ob und wie der mit anderen wissen zusammenhängt scams sagt dann aha unser problem ist also nicht dass fachdidaktikerinnen nur verstehen wollen und lehrpersonen nur anwenden wollen sondern dass die ein für fast alles immer auch relationales verstehen haben wollen also neben den regeln und neben dem anwenden können auch noch die gründe und die anderen offenbar unter dem druck der praxis oder weil sie es aus der eigenen schulzeit halt nicht anders kennen den lernenden nur instrumentelles verstehen anbieten wissen wir aber immer noch nicht wer von beiden hat jetzt recht also weiter scamp gibt dann zunächst mal den advocatus diaboli und schaut was spricht für relationales verstehen er nennt im wesentlichen drei argumente die er teilen kann beschränkt man sich auf instrumentelles verständnis dann ist die zu lernende mathematik zumindest lokal begrenzt in der regel leichter manchmal sogar sehr viel leichter zu beherrschen wenn man also sehr schnell lauter richtige antworten haben will sollte man den kleinen häppchen instrumentell verfahren lernen lassen dabei stellen sich dann in der regel oft auch schneller erfolgserlebnisse ein weil man schneller etwas kann und sich selbst oder von anderen dafür belohnt wird da schwank ihnen dann schon das könnten vielleicht vorstelle erfolgserlebnisse sein und wir rücken hier an den ja nicht so hippen behaviorismus heran das ist vielleicht nicht das beste argument schließlich die isolation von wissen und nicht immer nachdenken müssen warum etwas funktioniert hat auch eine wichtige entlastungsfunktion die durchaus auch hauptberuflich tätige mathematikerinnen und mathematiker zu schätzen wissen wobei das auch wieder so etwas eingeschränkt daherkommt das steht dabei phasenweise aber was heißt das eigentlich also wenn ich auf ein gleichungssystem den algorithmus anwende dann bin ich doch in der regel ganz froh wenn ich nicht in jedem schritt des algorithmus darüber nachdenken muss warum dieser schritt jetzt eigentlich gerade erlaubt ist und was der da eigentlich macht wenn dann aber am ende irgendwo null ist gleich vier in einer zeile übrig bleibt dann brauche ich aber doch schon wieder etwas relationales verständnis wenn ich dann vergessen habe was dieses null ist gleich vier nochmal heißt und es mir selbst wieder irgendwie vergegenwärtigen will weil vielleicht gerade das internet kaputt ist und ich nicht einfach im internet nachgucken kann was jetzt passiert da würde ich dann jetzt wieder relationales verstehen brauchen für relationales verstehen gibt es dann auch einige sehr gute gründe zum beispiel dass man relationales verständnis oft auf andere probleme und fragestellungen erweitern kann während das bei rein instrumentellen verstehen nahezu ausgeschlossen ist in der regel behält man sich relational verstanden ist auch besser beziehungsweise kann es sich dann leichter wieder ins gedächtnis rufen und hat dann auch strategien wie man prüfen kann ob das eigene wissen auch wirklich stimmt gültig sein kann wenn sie an wilhelm von humboldt überhaupt an neo-humanisten und aufklärer denken dann würden sie auch sagen relationales verstehen hat einfach einen eigenwert dadurch werden sie aufgeklärt sie sind eben nicht sklave des verfahrens sondern beherrschen es im wahrsten sinne des wortes sie haben einsicht in die gründe des funktionierens gewonnen und müssen nicht dem verfahren oder anderen menschen vertrauen und das kann an sich ein ganz wichtiges ziel sein unabhängig davon ob das leichter geht oder die verfahren besser anwendbar und behaltbarer macht und wenn ihnen das nicht reicht dann argumentiert scamp wieder eher lerntheoretisch relationales verstehen ist näher boden für weiteren wissenserwerb im englischen steht da agent of its own growth also agent seines oder näher boden seines eigenen wachstums das wird ja auch ganz gerne gesehen dass wenn verstehen weiteres lernen vereinfacht ist das für den kontext von schule vielleicht nicht das schlechteste so jetzt gibt es ganz klassisch dialektisch bei scamp dann auch noch nach der these und der antithese die synthese scamp sagt ja also jetzt mal warum lehrpersonen auch gute gründe haben können sich im einzelfall auf instrumentelles verstehen zu beschränken zu wenig zeit und muße kann grund sein das kennen wir schon vom humboldt wenn es äußere zwänge gibt wie etwa in der berufsbildung oder halt durch den gegebenen jetzt auch nicht immer optimalen lehrplan da muss man manchmal sich auf wie humboldt das so schön gesagt hat in seinen gründen unverstandenes wissen beschränken weil die fähigkeit da sein muss bevor die muße und die fähigkeit zur einsicht da ist solche zwänge können auch von anderen fächern her stammen zum beispiel die physiklehrerin oder der physiklehrer sitzt einem da im nacken sie sollen jetzt bitte vektoren machen bevor die vektoren überhaupt dran sind und bevor sie eigentlich meinen dass die schüler so richtig gut verstehen können was das mit den vektoren auf sich hat weil ihnen da vielleicht noch ein anderes thema fehlt was sie eigentlich vorher aber jetzt will dann doch der physiklehrer und dann macht man das halt eben das letzte ist dann sehr deprimierender grund als auf relational verstehen setzen der einzige jungen lehrerin oder jungen lehrer in einem kollegium wenn sie es in der regel sehr schwer haben das irgendwie durchzubringen da kann man jetzt in summe sagen bei den ersten drei gründen das ist schon ein bisschen heikel wo der scamter sagt das sind relativierungen die er zulässt und man könnte auch eine gewisse hoffnung äußern dass man doch auf das pauken relational nicht verstandene algorithmen und verfahren mathematischer ja auch verzichten könnte weil man sagen könnte naja wenn jetzt der physiker so was braucht so ein verfahren dann pauten wir das aber jetzt trotzdem nicht den schülern ein sondern dann dürfen die das einfach mit einem elektronischen rechner machen weil der elektronische rechner der kann das eh und er kann das in regel auch besser als die schülerinnen und schüler es gäbe selbst sind dann auch noch drei weitere umstände oder vier wo er schon selber sagt die müsste man eigentlich ändern die können zwar dazu führen dass man instrumentelles wissen relationalen wissen vorzieht aber das ist eigentlich gar nicht okay das erste ist mal das prüfungsstoff sich sehr oft auf operatives wissen im sinne von fischer beschränkt wo also jetzt grundwissen und grundverstehen gar nicht vorkommt und reflektionswissen außen vor bleibt und wenn sie also operative inhalte prüfen dann kommen sie da auch relativ besser hin wenn sie sich auf instrumentelles verstehen also nur das verstehen wie und nicht das verstehen warum beschränken wenn sie also nicht fragen in der prüfung warum gilt der satz oder warum ist das verfahren zulässig dann ist das natürlich auch oder erscheint das als verschwendete zeit das überhaupt so zu unterrichten dann ist das nächste problem ist die lehrpläne sind tendenziell eher zu voll das ist auch wieder ein problem dann fühlen sie sich unter zeitdruck falls auch wieder instrumentelles wissen und es ist es ist auch einfach richtig dass relationales wissen direkt schwerer überprüfbar ist als nicht relationales instrumentelles verstehen und deswegen macht man das aus faulheit nicht weil man also instrumentelle aufgaben schneller beisammen hat und der letzte umstand das ist fast das schwierigste wenn man sich erst einmal an bestimmte routinen des unterrichtens zum beispiel das eher auf instrumentelles verstehen abzielen dann ist es relativ schwer das zu überwinden und anders zu unterrichten selbst dann wenn einem ganz bewusst ist dass man eigentlich lieber auf relationales abzielen unterrichten würde und ganz akzeptiert hat dass das vernünftig ist es ist einfach schwer so den inneren schweinehund wie man manchmal sagt zu überwinden jetzt kann man wieder sagen die argumente eins bis drei die sind da bildungstheoretisch eher heikel aber man kann andererseits auch sagen ja alle drei punkte da müsste man auch mal genauer hinsehen ist das nicht so dass standards und zentralmatura auch so bildungspolitische maßnahmen waren die versuchen genau an diesen drei punkten etwas zu ändern das kann ich heute aber nicht beantworten ich will die letzten 15 minuten des videos lieber dafür nutzen noch etwas näher auf eine andere erläuterung des begriffs verstehen einzugehen das ist auch die stelle wo ich wegen den erfahrungen im letzten jahr etwas mehr dazu erzähle sie hatten das auch schon heute indirekt in der station b bei diesem stationen betrieb bei der station hatte ich ja gefragt für wie wichtig sie sechs verschiedene aktivitäten für ein eher schwammig formuliertes lernziel halten nämlich die schülerinnen verstehen den bruchzahlbegriff schreiben sie nie verstehen irgendwas das ist viel zu breit ich verrate ihnen das jetzt mal alle sechs punkte sind da genau gleich wichtig für oder alle sechs punkte kann man argumentieren dass sie dazu gehört so auf der folie haben sie jetzt so boxplots stehen das sind nicht ihre eigenen werte so schnell konnte ich das ja nicht auswerten das video nehme ich einen tag auf bevor sie überhaupt den stationen betrieb machen das sind also die zahlen vom letzten jahr wie die da herausgekommen sind größte einigkeit war letztes jahr dass das begründen können warum 8 32 kleiner als 9 27 ist dass das so mittelmäßig wichtig ist da waren sich alle so relativ einig da würde man jetzt sagen okay aber für relationales verstehen ist das vielleicht sogar mehr als mittelmäßig wichtig und auch bei dem letzten punkt zu vorgegebener kreis der stellung einen passenden bruch angeben ja da waren sie da waren die studenten sich überhaupt nicht einig da haben einige gesagt ja das ist super wichtig fünf gebe ich dem andere haben gesagt das ist komplett wurscht fürs verstehen vom bruchzahlbegriff und haben eine null hingeschrieben auch da würde man sagen wenn ich jetzt an das denke was relationales verstehen ist das ist schon sehr wichtig dass man das kann aber da waren halt die leute sich letztes jahr sehr uneinigt was die werte von diesem jahr waren das gebe ich dann noch ins moodle hinein wichtiger ist dass man sich klar macht dass eben alle sechs punkte etwas mit verstehen zu tun haben die stammen nämlich aus einer etwas feineren untergliederung von verstehen die sich hermann meyer und heinz steinbrink ausgedacht haben sie sehen schon das ist so eine zweidimensionale unterteilung da geht es einmal um die mentale dimension wo zwischen konzeptuell prozedural argumentativ relational elaborativ und reflexiv unterschieden wird und die andere dimension das beschreibt das modale da geht es um die art wie die verstehens produkte dargestellt oder repräsentiert sind denken sie mal an den bruna zurück in aller gebotenen kürze konzeptuell meint alles was mit begriffsverständnis im engeren sinne zu tun hat also mit dem erklären erläutern oder definieren von begriffen prozedural ist alles was mit verfahren zu tun hat diese verfahren beschreiben und sie auch ausführen können argumentativ ist alles was mit begründen und herleiten von aussagen zu tun hat relational ist alles was mit beziehungen zwischen begriffen und verfahren zu tun hat also zum beispiel die kenntnis wichtiger sätze elaborativ meint die anwendung von wissen auf mathematische und außer mathematische probleme wenn dabei mehr als die bloße ausführung eines standardverfahrens gefragt ist also immer etwas kreativität in der anwendung dieser verfahren im spiel ist und reflexiv das ist sehr ähnlich wie das reflexionswissen bei fischer das ist alles was mit metakognition mit nachdenken insbesondere mit nachdenken über das eigene wissen und mit dem äußern von einschätzungen und bewertungen zu tun hat das sollen sie sich auch dann in der hausübung noch mal für ein weiteres thema anschauen weil hier nur so abstrakt am ende des videos anhören das reicht erfahrungsgemäß nicht um das dann wirklich zu verstehen diese these bestätigt übrigens auch das letzte jahr da habe ich das in der präsenzsitzung noch mal etwas anders erklärt und das schneide ich jetzt einfach hier direkt herein also der nächste teil ist live vor publikum aufgezeichnet worden also konzeptuelle komponente da geht es im wesentlichen da steht jetzt immer grosso modo das ist so angeberlatein für im großen und ganzen oder wenn sie lieber englisch haben taken with a grain of salt im großen und ganzen geht es da mal um begriffe bei der prozeduralen komponente geht es im großen und ganzen mal um verfahren bei der argumentativen und der relationalen komponente geht es im wesentlichen um das was wir später sachverhalte nennen würden also sätze gesetze und regeln und bei der elaborativen komponente geht es im wesentlichen um probleme und um modelle bei der reflexiven geht es um metakognition jetzt können sie wieder einwenden ja herr fohns jetzt haben sie neben je zwei worte je ein wort geschrieben das ist aber auch noch keine erklärung deswegen schauen wir uns jetzt noch mal an was sind eigentlich begriffe verfahren sachverhalte probleme modelle und metakognition zumindest ein grobes vorverständnis weil es gibt dann nach den didaktischen prinzipien der nächste teil in der lehrveranstaltung der heißt grundformen mathematischen arbeitens das kommt vielleicht einigen bekannt vor die schon die didaktik der geometrie hatten und da geht es um begriffe bilden verfahren erarbeiten sachverhalte erarbeiten probleme lösen modelle bilden und ums reflektieren haben wir uns eh schon gekümmert so mehr oder weniger das heißt das kommt alles auch noch mal ein bisschen genauer beziehungsweise war ja eh schon genauer da also begriffe wenn man es jetzt so grob merken wir uns mal das sind die dinge die man definieren kann ganz stimmt das nicht es gibt zum beispiel auch undefinierte begriffe verfahren sind dinge die man ausführen kann zum beispiel den algorithmus zur schriftlichen multiplikation oder die anwendung einfach der differenzial der differenzierungs regeln wäre auch so was wo man sagen kann das ist ein verfahren kurvendiskussion ist ein verfahren und dass man gegebenenfalls auch automatisieren kann automatisieren heißt hat dass man eine fertigkeit ausführen kann ein verfahren ohne da jetzt noch mal nachzudenken zu müssen wie funktioniert das jetzt eigentlich sachverhalte sind dinge die man begründen kann also zum beispiel satz von pythagoras wobei auch das wieder ein bisschen mit vorsicht zu genießen ist es gibt ja etwa minus mal minus ist gleich plus da kann man sich zumindest fragen warum ist das eigentlich so im engeren sinne begründen kann man das eigentlich nicht weil das steckt in der axiomatik der zahlen drin also ist das auch nicht immer richtig aber man kann sich zumindest fragen warum diese sachen gelten diese sätze gesetze und regeln und man könnte auch noch sagen ja das ist etwas an das ich mich halten sollte welche richtige ergebnisse haben das wäre vielleicht das andere probleme unterscheiden sich von aufgaben oder wie sie in österreich immer sagen von beispielen dadurch das sind ganz besondere aufgaben oder beispiele nämlich die solche für die ich noch einen lösungsansatz finden muss also jetzt nicht es ist jetzt nicht ein problem schlussrechnungs aufgabe zu lösen wenn ihnen das vorher schon 17.000 mal gezeigt worden ist das wäre zu wenig denn das wäre eine standard aufgabe also wenn sie schon wissen wie das gelöst werden kann kann es eigentlich kein problem sein da merkt man auch schon das hängt ja davon ab was ich vorher getan habe und das macht vielleicht wirklich die schwierigkeit bei dem elaborativen aus dass ich da ja auch in das forum ungefähr dreimal reingeschrieben habe und dann habe ich es aufgegeben dass das immer anforderungen sein müssten wo man irgendwie ein bisschen weiter denken muss und probleme wären halt sowas wo man sagen kann da liegt der lösungsansatz nicht absolut fix und die schwierigkeit besteht jetzt darin dass das natürlich immer davon abhängt was habe ich eigentlich vorher schon gelernt wenn sie jetzt sagen die umkehr aufgabe meinetwegen zu einer bestimmten standard aufgabe kann ein problem sein ist aber dann kein problem mehr wenn sie die auch schon 17.000 mal bearbeitet haben also 17.000 ist jetzt etwas sehr übertrieben aber wenn insbesondere nicht wenn ihnen jemand für die umkehr aufgabe auch ein verfahren gegeben hat wie die zu lösen sind dann sind es auch keine probleme mehr modelle das meint mathematisches modellieren oder modell bilden meint immer da wird realität mit mathematik verknüpft ich nenne das immer etwas umständlich etwas mit dem ich die idealen mathematischen objekte in meinem kopf mit der realen welt dort draußen verbinde das ist nicht immer ganz klar manche leute sagen die lineare funktion ist ein modell für tarife andere leute sagen ein tarif ist ein modell für die lineare funktion also es ist nicht ganz klar welche richtung man das eigentlich sagen soll und deswegen könnte man am besten oder am vernünftigsten finde ich wenn man sagt naja das modell ist quasi die verknüpfung von sowas idealem gedachten wie der linearen funktion die gibt es ja nicht die gibt es eigentlich nur in unserem kopf und damit zusammenhänge die ich halt damit darstellen kann und das nenne ich ein mathematisches modell und hier wäre es wieder so dass also was jetzt das elaborative wissen angeht man sagen müsste aber wenn man es ist jetzt nicht jeder anwesend nicht jedes beispiel wo ein automatischer kontext dabei steht ist dann irgendwie schon modellieren es müsste zumindest mal ein kontext sein der irgendwie ungewohnt ist also sagen wir mal sie bringen den leuten die schlussrechnung bei in so beispielen mit drei äpfel kosten zwei euro was kosten dann fünf äpfel so jetzt würde ich sagen es ist vielleicht etwas schwierig zu sagen elaboratives wissen ist dann probleme lösen wo steht sechs birnen kosten da würde ich sagen der kontext ist doch sehr ähnlich aber wenn man jetzt sagen würde dass es irgendwas wo das so ein bisschen schwieriger wird dadurch dass der kontext wirklich deutlich variiert wird oder es ist jetzt meinetwegen kommt jetzt auf einmal was was umgekehrt proportional ist dann ist das natürlich irgendwie elaboriert dass das was man schon kennt elaborieren heißt ja irgendwie so weiter ausführen oder näher ausführen also probleme und modelle da muss man sich immer merken außer mathematische anwendung wo ein bisschen kreativität ein bisschen nachdenken dabei ist zum beispiel auch könnte sein es steht gar nicht dabei mit welchem verfahren das zu lösen ist und es ist nicht zufällig das was man gerade fünf minuten vorher gemacht hat ja also da in dem bereich wo sie im schulbuch die seiten haben wo steht vermischte aufgaben so ganz am ende von so einem kapitel da sind oft aufgaben die auf elaboratives verständnis abzielen dabei so metakognitionen sind dinge mit denen ich mein wissen sichten um einordnen und bewerten kann also was weiß ich eigentlich über die lineare funktion wofür ist die lineare funktion gut was sind typische anwendungsfälle wo sind grenzen das wären so metakognitionen so jetzt kam auch die sehr intelligente frage wie das jetzt eigentlich mit mit diesem instrumental understanding und relational understanding zusammenhängt und so eine ganz stumpfe antwort habe ich schon gegeben also wenn man sich wenig merken will sagt man naja instrumental understanding ist im wesentlichen das prozedurale so heute will ich das noch etwas komplizierter machen sie sehen da quasi wie so wie so thermostate oder so pfeile die zeigen jetzt erstmal zur seite das soll heißen das ist da weder besonders wichtig noch besonders unwichtig und ich drehe die jetzt quasi nach oben wenn ich sage das ist besonders wichtig für das instrumental understanding oder nach unten wenn ich sage das ist besonders unwichtig und dann sieht das meiner meinung nach so aus relational understanding meint einfach das ist durch und durch verstanden und das würde heißen zu all diese zu all diesen komponenten ist was da so und beim instrumental understanding da ist ziemlich viel vom prozeduralen da aber man könnte ja noch wieder sagen also zum beispiel nicht dass ich nicht weiß warum so das verfahren so funktioniert oder so wo ich auch sagen könnte das gehört vielleicht noch so ein bisschen zum prozeduralen sicherlich ist da ein bisschen was konzeptuelles dabei weil wenn ich jetzt irgendein verfahren anwenden will oder so dann also zumindest so grob wissen also wenn da steht rechne oder oder bestimme die summe von so und so da müsste ich ja zumindest mal wissen was was die summe eigentlich ist also ein gewisser anteil konzeptuelles wissen wird da wohl auch sein beim instrumental understanding argumentativ nicht weil da stand ja auf englisch so rules without reason regeln ohne die begründung also ist da wahrscheinlich eher nichts an argumentativer fähigkeit wenn ich sage jemand hat nur instrumentelles verständnis relational das ist jetzt besonders verwirrend relational im sinne von meyer und stein bring ist ja wissen und übersetze gesetze und regeln da würde ich sagen naja ganz ohne das kommt man beim instrumental understanding wohl nicht aus also wenn ich so eine so ein rechenterm lösen will wo klammern gesetzt sind und plusse und minusse stehen da muss ich ja doch wieder wissen dass minus mal minus plus ergibt ich muss mir vielleicht keine gedanken also so ein bisschen relationale komponente gibt es auch beim instrumental understanding und man kann auch sagen ja vielleicht so leichte varianten von aufgaben ganz einfache probleme und modelle wo man wo der kontext vielleicht ungewohnt aber noch relativ nah dabei ist da wird man dann vielleicht sagen okay so bisschen elaboratives ganz bisschen ist auch noch dabei reflexiv dass man jetzt irgendwie groß darüber nachdenken und sich äußern kann das wäre wieder typisch für relational understanding eher als für das instrumental understanding so und das damit das nicht so verwirrend ist sagen halt einige nicht instrumental understanding und relational understanding sondern nennen das syntaktisches und semantisches verstehen zum beispiel hier prediger und wird man die nämlich raus weil die später noch mal kommen dann hat man nicht diese doppelung mit dem mit dem instrumental understanding da drin ich hoffe das war dann dieses jahr so direkt mit der erklärung hier im video etwas verständlicher als letztes jahr uns fehlt jetzt noch die andere die modale dimension vor verstehen die ist zwar nicht ganz so wichtig aber ich will zumindest kurz erklären worum es da geht die modale dimension des verstehens da werden drei dinge benannt explizit intermodal sind alle verstehens äußerungen wo neben sprache und zeichen auch ausdrücklich andere ebenen was in aller regel bilder manchmal auch handlungen meint vorkommen implizit intermodal wäre wenn zwar kein bild bei einem text oder bei anforderungen einen text zu produzieren als verstehens überprüfung dabei ist also ohne bild aber wenn so indirekt auf ein bild bezug genommen wird und rein sprachlich meint es kommen auch nicht mal in andeutung andere ebenen vor man wird auch nicht aufgefordert sich da anschaulich irgendwas vorzustellen irgendeine handlung oder irgendein bild kommen wir noch mal zu station b wo gehören jetzt diese 1 2 3 4 5 6 dinge hin wenn wir das haben dann haben wir auch endlich bis auf den abschlusstest diese zusammenfassung feierabend zu einer kreisteildarstellung einen bruch angeben können das ist sicher mal explizit intermodal weil da hat man am ende dann symbol und das bild und für meyer und steinbrink gehört das unmittelbar zum erklären des begriffs deswegen ist es die konzeptuelle komponente ein bruch kürzen ist ein verfahren das rein auf symbolischer ebene ablaufen kann das ist also prozedurales wissen und im prinzip auch auf rein sprachlicher ebene erläutern wie die natürliche zahlen in den bruchzahlen enthalten sind da geht es um beziehungen zwischen den zahlbereichen das ist also relationales wissen vermutlich wieder eher auf sprachlicher ebene wobei man auch anschauliche vorstellungen haben könnte dann wäre es eher implizit intermodal und dann größer kleiner begründen und erklären das ist sicher mal die argumentative komponente und bei der modalität ist das wieder wie vorher das kann man rein sprachlich symbolisch lösen das geht aber auch mit bildern verlangt ist das nicht also ist das vielleicht implizit intermodal das fünfte das ist letztes jahr nicht so richtig gut verstanden worden daher wollte ich so sagen sie lösen ein also sie lösen ein außer mathematisches problem zum beispiel sind jetzt in unserer klasse mehr nicht schwimmer als in der parallel klasse und sie lösen das dadurch weil in der parallel klasse sind mehr schüler dass sie sagen ja das ist ja nicht fair das dann zu vergleichen also bestimme ich den relativen anteil die klassen sind ja halt nicht unbedingt gleich groß das wäre dann so eine elaborative aufgabenstellung und das letzte also situationen nennen können wo brüche besser passen als dezimal zahlen das erfordert reflexionen und führt also auf die reflexive ebene ich habe jetzt fertig das war schon wieder mit dem video viel erfolg bei der zusammenfassung und der hausübung und denken daran ein teil der hausübung ist was ins forum schreiben das ist besser wenn sie das nicht erst am sonntag machen weil dann können andere da irgendwie nicht mehr darauf reagieren also auf wiederschauen servus baba bis zum nächsten mal so 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 so